Dressurausbildung ist die Leidenschaft von Britta Schöffmann. Der promovierten Sportwissenschaftlerin, Inhaberin des deutschen Reitabzeichens in Gold und ehemaligen Grand Prix Reiterin macht es deshalb große Freude, ihr Wissen um die Zusammenhänge von Lehren und Lernen an andere weiterzugeben. Dabei ist es ihr ein besonderes Anliegen, Dressurarbeit als Basis guten Reitens jeden Reiter für jedes Pferd ans Herz zu legen. Ganz gleich, auf welchem Ausbildungsniveau und für welche Pferderasse. Die Stellung spielt sich letztlich vorne im vorderen Bereich des Halses, also wirklich hier vorne ab. Und um ein Pferd zu stellen, drehe ich eigentlich nur ein kleines bisschen, so wunderbar, er hat sofort gekaut, mein Handgelenk ein. Und plötzlich schießt der Zügel vor, hat dann den Effekt, dass das arme Pferd für das, was es vorher richtig gemacht hat, dann mit so einem ganz kleinen Schlack das Gebiss auf die Lade bekommt, eigentlich bestraft wird. Viele Reiter neigen so ein bisschen dazu. Stellung mit einer rückwärts ziehenden Hand. Jetzt nimmt er zwar auch seinen Kopf nach innen, guckst, dass du deinen Schenkel wirklich aus der Hüfte raus ein bisschen nach hinten nimmst. Nicht einfach nur den Unterschenkel rückwärts und porkeln. Die gymnastizierende Dressurarbeit ist für jedes Pferd, egal welcher Rasse, eine Bereicherung. Ganz kleines bisschen mehr Stellung und den Rhythmus halten. Dann habe ich eine Störung, eine Blockade hier in dem Übergang, Hinterhauptsbein, erster Halswirbel. Man würde den äußeren Zügel ganz weg tun und an zwei Fingern den Hals mal mehr als normal hier rüber nehmen. Das Prinzip Technik statt Kraft muss immer gelten. Pferde widersetzen sich nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Ich möchte also die Kaubewegung, die vielleicht durch falsche Hilfengebung irgendwann mal ein bisschen eingeschlafen ist und auf der festen Seite man sich gegenseitig Pferd und Reiter wirklich festgezogen hat, ich möchte diese Kaubewegung wieder hervorrufen. Jetzt bei dem Moment, wo der äußere Schenkel sagen würde, hier, hallo, bleib auf der Linie. Hier bleibt es nicht in der Stellung, heißt es nicht, dass das Pferd was falsch gemacht hat, sondern dass meine Arbeit nicht richtig war. So, in der Hand versuch mal nur einzudrehen. Versuch erstmal mit den perfektesten klassischen Hilfen zu arbeiten. Wenn du den Kopf hier rüber nimmst, dann knickt die hier ab. Das wäre also falsch. Jetzt guck, dass du ganz sauber den Zirkel rund anlegst. Denk daran, den reitest du nicht mit dem inneren Zügel. Und so reitest du deine Bögen. Immer wieder gucken, dass deine Schulterpartie mitdreht. Die über die Biegearbeit verbesserte Geschmeidigkeit, Tragkraft und Selbsthaltung sind auch Voraussetzung für weiterführende biegende Lektionen, wie beispielsweise die Seitengänge. Und so reitest du nicht.